Guck dir das mal an, das geht gar nicht, Alter. Nee, warte, warte. I love to be chavlaught that saves the day. Hahaha. 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 I love to be chavlaught that saves the day. Hahaha. Das geht nicht. Ich lache eh den ganzen Tag, wieso soll ich so ernst bleiben? Was ist das für eine Scheiße? Hahaha. Jetzt bleib ich ruhig. Puh. Hahaha. Was ist das für eine Scheiße? Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Das geht gar nicht, Alter. Das ist nicht lustig eigentlich. Ich hab gewonnen. Ja. Punkt für dich. A little bit of laughter saves the day. We are the champions, my friend. We are the champions, my friend. Was für eine App ist das, ja? I a b v b. I a b v b. I a b v b. I a i a i a b v b. E a b v b. Scheiße, ne? I love to be chavlaught to save the day. We wollen Keeper keinen Urlaub machen. In Haaland. In was? Haaland. Lange einfach. Was machen Hacker im Wald? Holzhacken. Ey, die Hitsche, Mann. Warum wird der Platzwart so oft geblitzt, weil der den ganzen Tag nur an Rasen ist? Was? Was? Warum? Hast du dich verstanden? Hast du dich verstanden? Ich lese nochmal. Warum wird der Platzwart so oft geblitzt, weil er den ganzen Tag nur an Rasen ist? Deswegen habe ich gelacht. Ich habe es nicht mehr verstanden. Wer spielt immer auf sicher? Mo, denn der ist immer auf der Hut. Der ist gut, ja? Den musst du mal merken. Den musst du mal merken, sagst du ihm mal. Ja. Welches Tier ist in jeder Kabine zu Hause? Der Muskelkater. Das ist nicht lustig. Ja, erzähl. Wie nennt man einen Bite mit Übergewicht? Ketobite. Okay, der ist nicht witzig. Der war nicht witzig. Meine war witzig. Trotzdem ein Punkt für dich. Ja. Fertig? Ach! posed h h Untertitelung des ZDF, 2020